Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja und auch zur ersten Aufnahme in diesem Jahr im Jahre 2024. Ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen und habt ein schönes Jahr alle zusammen und schauen wir mal was uns so erwartet. Dieses Mal geht es darum wie ein zwei Wochen Spalten Kalender selbst erstellt mit PHP. Also wir machen ein bisschen Softwareentwicklung und das Ganze hat den Hintergrund, naja ich brauche für einen Kalender was zum Überkleben. Also ich habe schon einen sehr schönen Kalender, also mit Pinguinen natürlich und dort überklebe ich die Nummern. Also der erste Januar ist diesmal sogar ein Montag, also das ist natürlich nicht in jedem Jahr so. Und damit das alles wieder so hinkommt, wie es in diesem Jahr auch immer so ist, überklebe ich diesen ganzen Nummern und Datumsbereich mit aktuellem. Und mein Kalender hat so ein Format, sodass zwei Wochen nebeneinander stehen. Das ist irgendwie relativ ungewöhnlich. Also letztes Jahr habe ich schon eine Vorlage im Internet gefunden, habe ich mir einfach bloß ausgedruckt und dann überklebt. Und für dieses Jahr habe ich nichts Passendes gefunden. Also geht es diesmal darum, wie man das Ganze selbst generieren kann, denn per Hand ausrechnen möchte ich nicht. Und jemand anders hätte wahrscheinlich jetzt vielleicht Excel genommen, da irgendwie ein Makro geschrieben oder was weiß ich. Aber da ich Entwickler bin und PHP häufig verwende, habe ich das denn damit gemacht. Ja und das gucken wir uns mal ein bisschen an. Die meisten von euch werden PHP wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit Web-Servern kennen. Also dass es auf dem Apache läuft, Nginx oder einer anderen Umgebung, die es ausführen kann. Aber man kann genauso gut auch Skripte auf der Kommandozeile in PHP schreiben und die dort ausführen. Das benutze ich hin und wieder auch mal für kleinere Dinge oder auch umfangreichere Skripte. Also wie meinen M23 Auto Test zum Beispiel. Ja, womit ich M23 Installation automatisiert durchführen und überprüfen kann. Also es läuft automatisch durch mit verschiedenen Tests. Ja, aber das kann man auch für andere Skripte verwenden. Also wo ihr vielleicht normalerweise Bash nehmen würdet oder Python oder keine Ahnung, Perl vielleicht noch. Da kann man auch PHP für nehmen. Da gibt es bei den Debian und Debian basierten Distributionen das Paket, was PHP-CLI, also Command Line Interface heißt. Ja, und das installiert ihr über apt oder apt-get mit diesem Befehl. Ja, dann dauert das ein bisschen, habt ihr es installiert und dann können wir auch loslegen. Dann kommt es darauf an, was ihr mitmachen möchtet. Also wenn euch bloß das Ergebnis interessiert, dann könnt ihr es aus der Folie runterladen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr zu dieser Folie, die ich jetzt gerade zeige. Und da ist auch verlinkt, wo ihr das fertige PDF bzw. ODT für LibreOffice Textdatei runterladen könnt. Und dann drückt ihr euch das aus, wenn ihr auch so einen Zwei-Wochen-Spalten-Kalender haben möchtet. Ja, wenn euch der Rest nicht interessiert, dann seid ihr durch. Viel Spaß noch diese Woche und dann bis zum nächsten Mal. Für diejenigen von euch, die sich noch ein bisschen weiter interessieren, wie das Ganze funktioniert, vielleicht auch so eine Grundeinführung in PHP, wobei das schon ein gewisses Level hat. Also ihr solltet euch grundlegend mit Programmierung auskennen, damit ihr euch damit jetzt nicht komplett verheddert, was ich als nächstes zeige. Also es ist kein Anfängerkurs oder sowas. Das ist so ein Schnelldurchgang zu diesem Skript, was es macht und so ein paar Klärungen von mir dazu. Das Skript selbst könnt ihr auch aus den Folien runterladen. Ich habe da noch die Änderung .txt dran gepackt, damit ihr es auch wirklich runterladen könnt, damit es nicht auf dem Web-Server ausgeführt wird, sondern damit ihr wirklich den Quelltext bekommt. Damit ihr es verwenden könnt, runterladen und .txt hinten wegnehmen beim Dateinamen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also das ist eine Skriptdatei, die in PHP geschrieben ist. Und wenn ich die ausführbar mache, möchte ich, dass meine Bash, also meine Shell, das auch gleich ausführt. Und damit es nicht mit dem Bash-Interpreter, sondern wirklich hier mit dem PHP-Interpreter gestartet wird, muss ich da das hier angeben, was ich da markiert habe. Das ist dieses mit Shibang und da kommt der komplette Pfad zum Interpreter hin. Dann haben wir hier diesen PHP-Bereich, der fängt an mit spitzer Klammer auf, dann Fragezeichen, PHP und alles, was hier dazwischen steht bis zum Ende, bis zu dem Fragezeichen und spitze Klammer wieder zu. Das wird mit dem PHP-Interpreter interpretiert. Also der guckt sich das an, was da drin steht als Befehl und so weiter und berechnet Dinge und gibt die Ausgabe auf der Kommandozeile wieder aus. Alles, was außerhalb von diesem Bereich ist, also wenn ich jetzt hier ein so was machen würde, ein Huhu hinschreiben würde, das würde nicht von PHP interpretiert, das würde durch den Kommandozeilen-Interpreter direkt ausgegeben. Also ja, aber das wollen wir insofern nicht, von daher kommt das wieder weg. Ich habe das Ganze jetzt so aufgebaut, dass ich eine Kalenderklasse mache, die wird eingeführt mit diesem Schlüsselwort Class und dann kommt der Name, also wie diese Kalenderklasse heißt, der heißt bei mir einfach C, damit markiere ich, es ist eine Klasse und dann der jeweilige Name dahinter, also C-Kalender heißt das bei mir. Das geht dann bis hier unten und ganz unten wird das Ganze einmal benutzt. Mit Kalender mache ich mir eine neue Variable, in der ich ein Objekt speichere von dieser Kalenderklasse und dann kann ich das Objekt Kalender benutzen und mit diesem File-Konstrukt hier kann ich auf Methoden zugreifen, die öffentlich zugänglich sind. Oh, da fehlt noch was. So, gut, sieht dann irgendwie besser aus. Ja, dann fangen wir von oben an. Also diese Klasse hat verschiedene Variablen, die an diese Klasse gebunden sind und wenn ich jetzt ein Objekt davon instanziere, ich glaube, so sagt man das, dann sind diese Variablen entweder innerhalb von diesem Objekt gespeichert, sodass man von außen nicht zugreifen kann. Das wäre hier mit Private. Also ich kann bloß innerhalb von Methoden meines Objektes auf diese Variable zugreifen oder auch auf die hier, die hier und die hier. Oder wenn ich das anders haben möchte, kann ich das auch mit Public machen, also statt Private Public hinschreiben. Dann könnte man auch auf diese Variablen von außen zugreifen. Dann gibt es auch noch Protected. Protected, das bedeutet, dass ich, wenn ich diese Klasse ableite, also davon eine weitere Klasse ableite, dann darf die abgeleitete Klasse auf diese Variablen zugreifen. Auf Private Variablen dürfte die nicht zugreifen und auf Public sowieso. Also Public ist für alle, Private ist bloß für interne Benutzung und ja, Protected, das ist so ein Zwischending. Da habe ich hier verschiedene Variablen. Einmal speichere ich das Jahr ab. Das wird auch später noch überschrieben, aber es wird schon mal mit 2024 vorbelegt. Dann haben wir ja noch ein Array. Dann habe ich ja ein weiteres Array mit den Wochentagen in deutscher Notation, mit den Abkürzungen und für Monatsnamen habe ich sowas auch noch mal gemacht. Wichtig ist bei dieser ganzen Sache immer genau hinzugucken, wann was beginnt. Also Zählungen sind so ein bisschen unterschiedlich. Also ich möchte es so haben, dass der erste Monat der Januar ist und die interne Zählung bei Ares und im Computerbereich beginnt häufig bei Null. Und von daher möchte ich nicht, dass der nullte Monat der Januar ist, sondern der erste. Darum habe ich hier ein Nix-Monat eingeführt, der wirklich für nichts gut ist. Das wäre der nullte Monat und der Januar landet dann auf dem ersten. Dann haben wir hier auch beim Array was ähnliches. Das hier ist die amerikanische Zählung. Die beginnen ihre Woche am Sonntag. Und ja, also keine Ahnung, ob das europaweit ist oder in Deutschland, Österreich und Co. ist, wo man doch eher mit dem Montag beginnt. Wenn die Arbeit wieder losgeht, ist es der erste Tag der Woche. Also von daher haben wir ein bisschen verschiedene Zählweisen. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen komplizierter mit der Berechnung, damit das nachher auch alles richtig ist. An einigen Stellen habe ich es auch nochmal dazu geschrieben, damit man das auch besser nachvollziehen kann. Und wenn ich das mir in zwei Jahren nochmal angucken sollte, weiß ich auch wieder, wie das Ganze gemeint war und was ich mir damals gedacht habe, als ich das Skript geschrieben habe. Dann haben wir hier Public, also eine Funktion, die öffentlich zugänglich ist. Und das ist eine Spezialfunktion, die heißt nämlich Construct mit zwei so unterstrichen. Das ist die Funktion, die automatisch beim Anlegen eines Objektes aufgerufen wird. Und als Übergabeparameter gibt es das Jahr. Und das verwende ich hier ganz unten, nämlich genau hier. Da leite ich von meiner Kalenderklasse ein Objekt ab und übergebe als Parameter die 2024. Und dann wird damit irgendwas getan. So, dann habe ich hier als nächstes probiert, Spracheinstellungen zu setzen, sodass ich auch wirklich deutsche Wochen, Tage und Monatsnamen habe. Das hat bei mir nicht funktioniert. Also ich habe es in verschiedenen Varianten probiert mit UTF, AdEuro und was weiß ich alles. Das hat nicht funktioniert. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze über eigene Arrays zu machen, wo ich die Namen in Deutsch definiert habe. Dann als nächstes nehme ich den Inhalt von dieser Variablen, also die Variable wieder hier, und speichere das in der anderen Variable, die zu dem Objekt selbst gehört, also das hier. Und immer wenn da dieses this vorsteht mit File, dann bezieht sich das auf eine Objektvariable. Ja, und nicht auf die lokale Variable, die hier irgendwie definiert ist. Dann bastele ich mir hier die erste Sekunde von meinem neuen Jahr. Und das ist Stunde, Minute und Sekunde. Die ersten drei alle null. Und dann möchte ich den ersten Monat und den ersten Tag haben im Jahr, was ich angegeben habe. Also es ist wirklich die allererste Sekunde mit der Zählung, die am 01.01.1970 beginnt. Und das ist diese Unix-Zählsekunde. Und das ist das, womit ich denn weiter arbeite. Dann fange ich an, hier ein bisschen rumzurechnen, denn ich mache das Ganze auf Sekundenbasis. Also ich gehe das ganze Jahr in Schritten auf Sekundenbasis durch. Ich möchte jetzt einen Wert haben für eine Sekunde, die wirklich am Ende des Jahres oder noch ein bisschen drüber hinaus liegt, damit ich so einen Bereich habe. Zwischen dem und dem möchte ich wirklich jetzt gucken und Tage berechnen und sowas machen. Dafür nehme ich jetzt 367 Tage pro Jahr. Das nehme ich jetzt mal an. Also nicht 365, denn es gibt ja auch noch Schaltjahre. Und ich packe sogar noch einen Tag obendrauf. Wir haben ja auch nochmal so extra Spezialjahre, wo nochmal so eine Zusatzsekunde draufkommt oder was weiß ich. Also von daher, ich packe da einen Tag als Puffer obendrauf. Wird man üblicherweise nicht benutzen oder benötigen, aber sicher ist sicher, lieber ein Tag zu viel als zu wenig. Dann haben wir natürlich 24 Stunden pro Tag und 60 Minuten pro Stunde und 60 Sekunden pro Minute. Und wenn man das jetzt alles schön hier multipliziert und auf den Start drauf addiert, dann hat man die Sekunde, die am Jahresende liegt und ein bisschen drüber hinaus. Jetzt fange ich an, das Jahr tageweise auf Sekundenbasis durchzugehen. Ich habe hier diese Variable aktuelle Sekunde. Die wird immer um die Sekundenmenge eines Tages fortgeführt. Also 24 mal 60 mal 60, das sind die Sekunden eines Tages. Und so wird das immer weiter gegangen. Also das macht immer so einen Sprung um diese Anzahl von Sekunden. Und das Ganze möchte ich so lange wiederholen, wie meine aktuelle Sekunde noch innerhalb von meinem Jahresendsekunden-Dingsbums drin ist. Und dann wird diese Schleife hier jeweils mit der aktuellen Sekunde, also ein neuer Tag in Sekunden und so weiter, durchlaufen. Als erstes hole ich mir über die aktuelle Sekunde Informationen. Da gibt es diese GetDate-Funktion. Und die gibt mir ein Array zurück, wo verschiedene aufgedröselte Teile drin sind. Also da ist dann hier der Tag in der Woche. Also sowas von 0 bis 6. Also Sonntag bis Samstag. Und dann überprüfe ich mit Check Date, ob das überhaupt noch gültig ist. Übergebe hier so Informationen. Und wenn das jetzt irgendwie ein ungültiges Datum sein sollte, von wegen hier 367 Tage und irgendwas, dann springt diese Schleife hier raus. Oder auch, wenn ich ins falsche Jahr rutsche. Also Jahr ist auch so ein Eintrag in diesem Array, also ein Element von diesem Array. Und dort steht die Jahreszahl drin. Wenn das jetzt nicht mehr 2024 sein sollte, oder wenn ihr das Skript für ein anderes Jahr laufen lasst, natürlich das andere Jahr, dann sind wir hier auch schon am Ende. Ja, und dann speichere ich jetzt verschiedene Informationen in meinem Kalender-Array ab. Also sowas wie hier den Monatsnamen, die Tageszahl, den Wochentagsnamen, Wochentagszahl und Kalenderwoche. Also da bereite ich mein großes Array mit allen Einträgen vor, um das Ganze hinterher weiterzuverwenden. Und hier habe ich nochmal so ein bisschen Debug-Code reingeschmissen. Habe ich während der Entwicklung verwendet, um da zu gucken, ob da überhaupt so das rauskommt, was ich haben möchte. Denn an einigen Stellen hat sich das denn doch anders verhalten, als ich so gefühlsmäßig dachte. Also das war so ein bisschen Try und Error. Also probieren und verwerfen, neu machen. Wenn dieser Constructor durchgelaufen ist, habe ich mein großes Array schon mal vorbereitet. Und dann habe ich mir hier zwei Ausgabeformen ausgedacht. Das eine ist eine reine Textform, die mir auf der Kommandozeile ausgegeben wird. Dann habe ich hier meine einzelnen Monate, Januar, Februar, März, ja, in Koding und so, April, Mai, Juni und so weiter. Und der Januar fängt ja mit dem Montag als ersten Tag an, Dienstag und so weiter. Der Februar, da geht es los mit dem Donnerstag. Also haben wir da erstmal diese Debug-Xe mit drin. Ja, und so zieht sich das denn durch die einzelnen Monate durch, bis wir am Ende sind. Die ist auch nicht ganz so umfangreich wie meine HTML-Variante, die ich letztendlich haben wollte, die eine HTML-Seite ausgibt, auch wiederum auf der Konsole. Und die Ausgabe kann ich in eine Textdatei beziehungsweise in eine HTML-Datei umlenken, um das Ganze nachher weiterzuverwenden. Und das sieht dann so aus. Quasi dasselbe nochmal in Farbe, bloß dass wir ja auch noch zusätzlich diese Spalte mit KW, mit der Kalenderwoche haben. Und das wird dann ja einfach hochgezählt und ja, immer so in zwei Wochen abschnitten, wobei eine Kalenderwoche per Definition immer mit einem Montag anfängt. Ja, also die HTML-Variante, die sieht nicht bloß interessanter aus, weil man sie im Webbrowser öffnen kann, sondern sie hat auch noch zusätzliche Informationen. Aber diese ganze Ausgabengenerierung basiert auf diesen Array-Inhalten, die wir hier oben ja schon mal vorgeneriert haben. Gucken wir uns erstmal so ein bisschen die Variante mit der Textform an. Dann haben wir hier ein ForEach-Konstrukt. Das nimmt ein Array, also dieses Kalender-Array, wo schon alles drin ist. Und bei jedem Schleifen-Durchlauf wird die Variable Monat neu gefüllt mit dem jeweiligen Monat, mit den Untereinträgen von diesem Array-Element. Und dann wird von hier bis da irgendwas mitgemacht. Dann werden einzelne Werte ausgelesen, wird ein bisschen rumgerechnet und so weiter und so fort. Dann habe ich hier eine Variable, die angibt, in welcher Spalte ich mich befinde. Also Spalte 0 bedeutet, ich bin ganz links. Und das ist in der ersten Spalte natürlich der Montag. Und wenn jetzt mein aktueller Monat nicht mit einem Montag beginnt, dann kommt da in die 0. Spalte schon mal nichts rein. Und dann wird so lange weitergerückt und diese Spalte hochgezählt, bis wir was haben, wo wir wirklich anfangen, und die Tagesnummern einzutragen. Aber beginnen wir natürlich erstmal mit dem Monatsnamen. In der Textvariante sieht es dann so aus, mit Print gebe ich erstmal zwei Zeilenvorschübe aus, also zwei leere Zeilen kommen erstmal. Und dann kommt der Name des Monats, also wie Januar, Februar, März und so weiter. Im Array, was den aktuellen Monat repräsentiert, da habe ich hier die 1, das erste Element, und das ist der Monatsname für den ersten Tag. Also ich speichere für jeden Tag auch den Monatsnamen mit, ist natürlich irgendwie Verschwendung. Aber Speicher haben wir ja nun wirklich genug, von daher gibt es da auch mehr Information drin, als man wirklich bräuchte. Der Einfachheit halber habe ich das überall reingeschmissen. So, und da nehmen wir den ersten Tag, gucken nach welcher Monat das ist und schreiben das direkt auf die Konsole. Dann möchte ich gerne die einzelnen Wochentage als Überschrift haben, also die hier so, mo, die und so weiter. Und das mache ich mit so einer Vorschleife, die dieses Array hier durchgeht und das hinschreibt. Und das Ganze 14 Mal, also die Wochen werden zweimal durchgegangen. Und dann haben wir eben zweimal diese Wochentage nebeneinander. Das ist die erste Spalte, die ich oben habe. Da steht Modi und so weiter. Und das zweimal nebeneinander. Wenn diese Überschrift durch ist, gibt es wieder einen Zeilenvorschub. Als nächstes fülle ich jetzt den Anfang mit Platzhaltern. Wenn jetzt mein Monat nicht mit Montag beginnt, sondern mit Dienstag, kommt in die Montagsspalte ein X rein. Also das ist für meine Debugzwecke. Natürlich würdet ihr, wenn ihr jetzt die Textvariante verwenden wolltet, das wegnehmen, damit das dann sauber aussieht. Und danach gibt es einen Tabulator und springt es zur nächsten Spalte einfach weiter. Und ja, dann habt ihr so lange X da stehen oder auch nicht stehen, bis ein Eintrag kommen soll. Und da fangen wir dann mit 0 an und zählen soweit hoch, bis das durch ist. Also bis wir jetzt innerhalb von der ersten Woche irgendwo einen Treffer haben, dass an der Stelle auch wirklich das losgehen soll. Und jedes Mal zählen wir auch die Spalte hoch. Dann haben wir hinterher diese Schleife so oft durchlaufen, bis wir diese Spaltenvariable das erste Mal auf was gesetzt haben, wo auch wirklich was eingetragen werden soll. Und dann mache ich nochmal so eine ForEach-Schleife, diesmal mit dem Monat als Basis und nicht mehr mit dem kompletten Kalender-Array hier. und gehe jetzt tagweise durch, nehme jetzt die Tageszahl, also Januar der erste ist der Montag und Dienstag der zweite und so weiter und trage das als Zahl bloß noch ein und zähle das immer schön hoch. Und wenn ich jetzt am Spaltenende angekommen bin, also ich teile das Ganze durch 14 und nehme Modulo, das bedeutet hier der Rest nach dem Teilen und wenn das 0 ist, also sich glatt durch 14 Teilen lässt, dann habe ich 14 Stücke geschrieben beziehungsweise mit Platzhaltern gefüllt und dann mache ich einen Zeilenvorschub hier und dann beginnt das hier wieder mit neuen Dingen. Und dann beginnt das hier wieder mit neuen Zahlen in einer neuen Zeile. Also das ist dieses Grundgerüst, was ich mir gemacht habe, was ich für Debuggingzwecke gemacht habe, damit das schon mal so aussieht, wie ich das haben wollte. Dann was, was nur für HTML interessant ist, da habe ich eine zusätzliche Funktion, die mit CSS die Farbe für einen Wochentag und auch den Textstil ermittelt. Denn für Wochenenden, also für Samstag und Sonntag, möchte ich es in Rot haben und ich möchte auch die Zahl in Fett gedruckt haben. Und das lege ich ja über diese speziellen CSS-Regeln fest. Und das Ganze geschieht am Tag 5 und 6. Das hier ist die Zählung für Samstag und Sonntag. Und da es sich um diese Zeilennummern handelt, denn das Ganze auch noch mal plus 7. Ja, also wenn ich da eine Tagesnummer übergebe, dann oder vielmehr eine Spaltennummer übergebe, dann bin ich auch in der jeweiligen Spalte mit der richtigen Farbe und mit der richtigen Dicke von dem Font, wie ich es haben möchte. Wenn ich das Ganze jetzt auch noch als HTML haben möchte, dann schreibe ich mir erst so einen HTML-Header da rein. Relativ simpel das Ganze. Mit so einem Titel, zwei Wochen Spaltenkalender und dann wird dort die Jahreszahl eingefügt, damit ich das im Webbrowser als Titel oben drin stehen habe. Und ich setze auch die Fontgröße auf 40 Pixel. Das hat bei mir ganz gut gepasst. Je nachdem, was ihr damit vorhabt, müsst ihr es dann vielleicht ein bisschen anpassen. Beziehungsweise ich nehme dieses HTML-Dokument auch nicht als wirkliche Druckvorlage, sondern ich füge das noch in LibreOffice ein, um das denn druckfertig zu machen. Also von daher könnt ihr anpassen, wie ihr möchtet. Von der Art her ist es relativ ähnlich. Also wiederum hier der Durchlauf monatsweise durch dieses große Array durch, mit der Spalte hier den Monatsnamen ausgeben. Statt Zeilenumbruch haben wir hier was mit Tabellen und mit einzelnen Spalten und Zeilen. Das ist vom Format ein bisschen anders her, aber es ist komplexer als reine Textausgabe, aber von der Art her relativ ähnlich. Da habe ich jetzt allerdings noch was dazu. Also ich habe hier noch die Kalenderwoche, also KW, die ich auch noch gerne auf meinen gedruckten Kalender drauf haben möchte. Die kommt als zusätzliche Spalte noch hinzu. Gibt es in der Textvariante nicht. Ja, und dann machen wir eine zusätzliche Spalte am Anfang für die Kalenderwoche. Also Kalenderwoche 01, 03 und so weiter. Und ja, genau, das mit dem Platzhalter haben wir auch wiederum nicht mit Tabulator, sondern mit einer neuen Spalte, die begangen wird mit TD, mit diesem Tag hier. Ja, dann haben wir noch hier wiederum die Tageszahl, die ja auch eingetragen wird. Und die CSS-Parameter nehmen wir aus dieser internen Methode, dieser Funktion, wo wir die Spalte übergeben. Und dann haben wir hier die CSS-Parameter in dieser Variablen drin und packen die zu der jeweiligen Spalte mit dazu, damit es richtig gefärbt wird. Ja, und bei jedem Durchlauf wieder die Spalte einmal hochzählen. Wenn wir jetzt am Ende sind, dass wir 14 Tage hingeschrieben haben, also inklusive Platzhalter, dann brauchen wir natürlich auch wiederum eine neue Zeile oder eine neue Reihe in der Tabelle. Und das sieht hier in HTML so aus. Und hinterher müssen wir natürlich diese ganze Tabelle auch noch wieder dicht machen, damit wir nach jedem Monat eine neue Tabelle wieder anfangen können. Also einmal schließen die Tabelle und für einen neuen Monat wieder eine neue anfangen. Und damit es auch ein gültiges HTML-Dokument wird, müssen wir auch noch diese Texte, die Buddy und HTML, wieder schließen. Wenn wir das Ganze machen, haben wir hinterher eine Tabelle, die wir weiterverarbeiten können. Und das habe ich jetzt folgendermaßen gemacht. Ich lasse mir diese HTML-Seite in Firefox oder Brave. Ich glaube, es ist relativ egal. Dann kopiere ich alles mit stga und füge das in LibreOffice Writer wieder ein. Dann habe ich das schon mal da drin. Also überwiegend werden Informationen übernommen. Also LibreOffice kann aus der Zwischenablage Tabellen übernehmen. Aber einige Sachen funktionieren nicht so wirklich. Und von daher muss man noch ein bisschen hin und her schubsen, das Ganze. Von daher für euch mein Kochrezept, wie ich das nachher gemacht habe. Ich stelle das Ganze ein auf A3. Und das mache ich über Seitenvorlage, Seite. Im Abschnitt Papierformat auf Format A3 gehen und quer. Dann lege ich noch die Seitenränder fest. Alle auf 1 cm bzw. Bundsteg bleibt auf 0. Dann markiere ich alles und setze die Schriftart auf Bitstream Vera Suns und lege die Schriftgröße nochmal auf 34 Pixel fest, damit das alles so passt. Und dann passe ich die Abstände noch ein bisschen an, sodass ich immer drei Monate auf einem Blatt habe. Und dann möchte ich auch noch, dass jedes Blatt mit einem neuen Monat beginnt. Oder vielmehr, dass jedes Blatt mit einem Monatsnamen beginnt. Also auf dem ersten Blatt steht dann Januar als Überschrift drauf. Und dann haben wir auf dem selben Blatt auch noch Februar und März. Dann würde auf dem Blatt 2 April stehen als erstes. Und das soll immer oben stehen ohne Leerzeichen und sonst irgendwas. Und das muss ich vielleicht noch so ein bisschen anpassen. Und dann exportiere ich mir hinterher die Seiten 1 bis 4. Also bei LibreOffice gibt es auch noch eine fünfte Seite, die ich auch nicht löschen konnte. Von daher exportiere ich allerdings bloß Seiten 1 bis 4. Drei Monate pro Seite. Also dann habe ich meine zwölf Monate auf vier Seiten verteilt. Dann kann ich hinterher das Ganze ausdrucken. Und wenn ich das halbwegs gut ausschneide, dann kann ich meinen Kalender mit diesen einzelnen Zettelchen an der richtigen Stelle überkleben. Und dann habe ich wieder meinen Pinguin-Kalender mit dem aktuellen Datum im jeweiligen Monat. Juhu! Ja, das war es dann auch für die Smile mit der ersten Aufnahme im Jahr 2024. Und jetzt wisst ihr, wie ihr einen Kalender mit PHP generieren könnt, der so ein bisschen anders ist als andere Kalender. Ansonsten macht es nach, lasst es bleiben, abonnieren, Glocke drücken. Und bis dann und tschüss! Glocke drücken Glocke drücken Glocke drücken Glocke drücken Glocke drücken ginnige Musik Untertitelung des ZDF, 2020